Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Control 2. Wir sind mit unserer Expedition durch und wollen uns jetzt mal auf den Rückweg machen. Dann tun wir das da mal. So. Und, ähm, irgendwie kommen wir ja nicht mehr so recht, ähm, zurück mit unserem Treibstoff. Ähm, wir haben aber zum Glück, ähm, ja, unseren Portal-Spawner. So. Und, nein, Star Map, Mensch. Ähm, wir wollen jetzt, äh, da hin. So, mal gucken, ob es damit reicht. Jo, sieht ganz so aus. Und, ab. Ab nach Hause. So, Commander. Mal gucken, was es für Neuigkeiten gibt. Ähm, ja, ich bin glücklich, dass du es in einem Stück zurückkrieg hast. Ja, ich habe ein paar Informationen, ich denke, dass du es hörst. Gut. Wir haben eine große Situation, Captain. Äh? 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 Äh, okay. Wow, you really hit the mother load this time. Uh-huh. Can your scientists analyze what I have acquired since my last visit? The analysis reads as follows. Subject, Hyperwave Broadcaster, unknown design. Data. This technology is new to us, but though a bit primitive by Alliance standards, is capable of generating a very strong signal. That's good. Summary, should you wish to call someone in Hyperspace or send a message through a mile of steel, this baby will do just fine. Mm-hmm. That's the end of our scientists report. Ja, das kann ja nur nützlich sein. Ähm. Blow up an Urquan for me, Captain. Hm, mach ich. Ähm, so, dann machen wir jetzt mal. Verkaufen wir unseren Fuel? Den brauchen wir jetzt ein wenig mehr. Mm-hmm. Und, ne, was wir mal machen könnten, wir könnten mal unsere Kuh auffüllen. Das ist ja, ne, so. Wenn ich die Leute schon verheize, können wir ja wieder neue einstellen. So, und damit der gute Free Phone nicht so alleine ist, kriege ich da auch noch ein paar, ähm, zugeben. Genau, das sind Menschen, aber, äh, Kollegen mit an Bord. Okay. Gut, was wir jetzt machen ist, wir fliegen jetzt mal Outer Fuel. Ja, das stimmt. Das ist aber egal. Ähm. Wir haben ja jetzt eine Möglichkeit, im Hyperspace, ähm, um Hilfe zu rufen, hätte ich fast gesagt. Ähm. Und zwar mit unserem Birbex Caster. Den benutzen wir jetzt einfach mal. Ähm, mal gucken, ob da jemand kommt, der uns, äh, helfen kann. Ah. Ich hatte viele Pads heute Morgen, Captain. Und hier bist du. Jetzt, was können wir für dich heute machen? Ähm, I would like to make some... Nee, I have some items I would like to sell. What would you like to sell, Captain? Ähm, Data on Alien Life Forms. The 15-5 units of biological data we downloaded from your ship earned you 17 credits. What would you like to sell, Captain? Ähm, okay. Biodata, 70 credits. Let's see what Rainbow World locations bring. Your ship's log indicates that you discovered the whereabouts of 10 of the Rainbow Worlds, which so fascinate us. In exchange, we will give you 5.000 credits. Good. Das lohnt sich. I would like to make some purchases. What would you like to buy today? Ähm, purchasing new technology. Investment. Ah, yes. You are so right. These technological breakthroughs don't cost you credit. They earn you credit. That's great. Of course. There is an initial charge. Ach so. But each technological system item is guaranteed to be useful for something important. Somewhere in the galaxy, at some point in the future. All technologies cost 150 credits. Fantastic. Ähm, okay. We have enough. We are now offering includes plans for building blaster weapons. Twice as powerful as your Ionbolt guns. I would like to buy the technology spacecraft. Please remember that these weapons consume energy from your combat batteries faster than your familiar Ionbolt guns. You may wish to compensate for this by building additional dynamo modules for your flagship. Okay. The technology we are now offering includes specifications for constructing modifications to your planet landers, which will double their speed. Hmm. Klingt auch nicht schlecht. Ah, yes. Speed. Mhm. An excellent choice for the relentless hunter. In the time. And the craven coward as well. Ruhe. The modifications are simple enough to be put in place immediately. Good. Your landers should be properly equipped in no time. The technology we are now offering includes details on how to add, point defense laser systems to your flagship. Okay. Nimbah. These little babies are great for defense. But because of their limited range, they may not make a good offensive weapon. However, the more you build for your vessel, the more damage each laser strike will do. Okay. The technology we are now offering includes plans for building improvements to your planet landers, which make them resistant to hostile alien life forms. Yep. Kann auch nicht schaden. Our reinforcement procedures on your landers are complete. Good. Now, provided your crew will stop putting their hands out the windows. Ja, das habe ich Ihnen schon gesagt. They will be much better protected against hostile light forms. Thank you. The technology we are now offering includes blueprints, which show how to increase your landers cargo space. auch praktisch. To double its present value. Auch praktisch. Ich meine, wir werden zwar nicht mehr so viel, ähm, 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 mit Minerals abbauen, aber trotzdem. Das klingt sehr praktisch. Hm. We hope that these improved tanks will make more module slots available on your flagship, which you can fill with other, more useable equipment. Yep, das ist die Idee. Hm, okay. Wir haben ja sowieso nicht die Wahl. Er wird ja nur was Neues anbieten, wenn wir das alte Angebot sozusagen aufgekauft haben. Was? Bitte? Ja, aber das können wir doch nicht, wenn wir nicht abheben können. Ja. Oh. Okay, äh. Da bin ich auf die Escape-Taste gekommen. Ah, okay. Okay, ja, die nehmen wir auch. Äh, äh, äh. Safety Bells, wir hatten vorher keine Safety Bells. Mhm. Geht doch nichts über Safety Bells bei Erdbeben. Mhm. Dankeschön. Das kann auch nicht schaden, so wie ich schieße. Ja. Ja. Okay. Okay. Ja. Okay. Ja. 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 Natürlich nicht. Ja. Schön. Hör damit, hör damit, hör damit. Ja. Ja. Ach, Shiva-Furnaces. Ja. Ja. Clever, clever. Okay, das kann ja nur hilfreich sein. Hm. Oh, reicht ja auch hin. Dankeschön. Okay, ähm, was wir jetzt, ähm, noch machen können, ist, äh, Informationen kaufen. Das kann auch nur hilfreich sein. Und, äh, das, äh, Credits haben wir noch genug. Würde ich sagen, werden wir das einfach machen. Aber, äh, ich nehme immer an, dass er da eine ganze Menge zu erzählen hat, der gute, ähm, Händler. Deswegen würde ich sagen, heben wir uns das für das nächste Video auf. Da werden wir dann sozusagen einen großen, äh, Infodump bekommen. Und dann, ja, mal schauen, was er uns zu erzählen hat. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Und, äh, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.